Also ich kann gar nichts machen, weil ich hab dünn Schiss. Immer wenn ich laufe, kackt der. Bei mir gerade auch automatisch. Ja, geiler Start hier. Ja, wir haben ein Spieler hier in unserem Dorf. Hey, ich guck mal hier durch die Fenster. Der hat den Benni aber nicht angegriffen. Nee, der wollte dir sogar helfen, ja, ja. Das ist eh den jetzt nicht als große Gefahr. Soll ich noch ein bisschen Fleisch hier hinlegen? Aber trotzdem sollten wir aufpassen. Alter. Ich hab ja gerade vorm Djigo geschrieben, ihr müsst zu D2 oben rechts. Der ist nicht groß, der Bunker. Da war ich selber schon drin. Schmehr leid, der ist gar nichts. Oder? Also oben rechts, da war ich mal. Der war nicht so geil, Alter. Drohne? Drohne. Der beste Bunker war immer noch C2. Cool. Der hat C2, glaube ich, auch. C2 ist echt der krasseste. So. Der C2, der war nicht so gut, Alter. Der war, das war ja so Medium. Wollen wir Go machen, Leute? Ja, warte, jetzt. Essen wir gerade noch. Und dann gehen wir sofort. Können wir, Bro. Und schnell ein Schnitzel rein, weißt du? Aber Wasser ist minus 5. Ich trinke jetzt mal was. Du musst halt gucken, dass du deinen Mageninhalt auch nicht überstrapazierst. Ja, ja, ich weiß. Aber ich muss meinen Charakter mal positiv hin. Ja. Weil wenn ich jetzt Wasser, äh, Minuswerte wegkriege, dann bin ich energized, hydrated, alles. Natrium ist bei mir auf Rot. Ja, 150 Prozent habe ich. Über 240. Ich muss mal pissen. Eigentlich darf ich mich abbauen. Boah, der Gyny, der war hart am Arsch, Alter. Ja, das geht schon. Okay, let's go. Moment, Moment. Ich bin gerade was am Bauern. Ja, was baust du denn? Ja, was zu essen. Ach so. Ich muss mir auch einen Spieß reinziehen. Du it. Ich will mich jetzt nur nicht so lange hier aufhalten, weil langsam wissen alle, wo wir sind. Wir sollten langsam mal verschieben. Wo ist denn das Feuer? Rausgegangen. In dem Regen vielleicht. Ach. Und das Schnitzel mit. Braust du denn jetzt irgendwas, Toto? Ja, ich hab Hunger. Ja, dann mach das Feuer wieder an, wenn du kannst. Lass mal beißen. Ja, warte. So, es sind noch zwei, glaube ich, oder? Ja, es sind noch fünf. Ah ne, zwei. Ah, jetzt. Nice. Nice. Schön. Stoffwechsel, Wasser ist 0%. Eiweiß ist 11%. Habe ich noch Fett dabei? Nein. Wasser geht langsam hoch. Soll ich das mal anmachen, das Feuer hier wieder? Äh, die Krankheiten haben wir, glaube ich, alle besiegt. Boah, krass ey, der Gyni hat nochmal Kurve gegrißt. Hier, Reddy, du musstest auch anmachen, das Feuer, ne, damit das irgendeinen Effekt erzielt. Komm, wir kochen. Ich hab gar nicht gekocht. Achso. War das schon gegrillt? Ja. War sehr gut. Braucht noch jemand was, oder seid ihr alle ready? Ich bin ready. Ja, wo? Ready. Ja gut, ich brauch jetzt auch nicht mehr, um Winken zu sehen. Du hast gerade wieder deine Waffe gedroppt, du hast. Ich weiß, ich weiß. Passiert ihr die ganze Zeit. Weil ich hab drei insgesamt. Ja, ich hab deswegen, ich hab ne MP5 in den Rucksack gepackt. Probier das auch mal. Hab ich. Hab eine Rücken, eine, ja genau, ich hab vier. Ich hab noch ne Schoflindel. Und noch ne Pistole. Ne, die hab ich wirklich schmissen. So. Okay, wir können go machen. Let's go. Wo wollen wir hin? Ich will mal gehen zu nem Bunker, Leute, Alter. Ja, der C2-Bunker ist eigentlich der Beste. Ja. Aber wir können auch mal gucken, ob es nochmal bei C3 oder C4-Bunker gibt. Weil das wird ja auch die ganze Zeit reingeschrieben. So richtig schön, so ein Undercover-Special-Bunker. Wir müssen aber bedenken, hier ist immer noch ein Spieler in der Nähe, ne? Aber wir sind am nächsten... Ja, komm, Jungs. Toto, komm. Hier unten ist ein Bunker. Ja, wo ist denn hier unten? Im Süden, B2, ne? Ja. Let's go. Da kann man was dahingehend. Komm. Ready and ready? Ja. Wer der James einfach so mit absichert und so, ne? Mega, Alter. James, wir gehen zum Bunker. Let's go. Ja. 114 Kilo wiegt der Güney, ja richtig. Dann ist ein Schrank, Leute, der Typ. Ja, aber der lebt jetzt schon sehr, sehr lang. Also, mal gucken, wie lange er das noch mitmacht. Wurde jetzt einmal, zweimal schon angeschossen. Hatte massiven Durchfall. Hat Wasser die ganze Zeit verloren. Oh, das geht doch, Leute. Alles gut. Die ist nicht weg. Was denn? Von wegen meiner Pistole. So. Guck mal, da oben ist ein Pferdchen. Oh, Schüsse. Oh, das ist... Come, has crashed. Wer war das? Wer war das? Nein. Okay, wir sind hinter uns. In das Waldstück, in das Waldstück. Zombie. Oh, nein. Hinter uns wurden wir angeschossen. Fuck. Okay, das ist der Spieler, den der Benni wahrscheinlich gesehen hat. Der Muggles, dein Game ist gecrashed, ne Muggles? Ja, ja. Ja, wir laufen, Muggles, ein bisschen hinterherkommt. Können wir den Spieler bitten? Nein, wir lassen den Muggles heute alleine weglaufen, Alter. Der ist sofort tot, ey. Aber der spawnt ja eh da hinten wieder. Der wird ja nicht da spawnt. Ich würde jetzt nicht den Spieler angreifen. Der wird doch jetzt eben oft da weiter, aber der ist doch nicht wirklich der alle Charakter. Oder? Ich weiß es nicht. Doch der steht eher hinten an der Stadt. Ich meine, der ist einer, Alter. Egal. Ja, probier's. Dann komm, wir gucken. Ey, wir können es ruhig versuchen. Jetzt haben wir den Vorteil der Position auf jeden Fall verloren. Jetzt ist er wieder weg. Kann sich von der Seite, von links, rechts überall anschleichen. Nee, der war, ach Alter, so schnell noch nicht. Der ist, der ist, äh, immer noch bei den Häusern. Ja, ich würde mich jetzt gar nicht mit dem Aufhalten hier, weil man hat so schlechte Sicht, ne? Ja, der ist echt massiv schlecht, ja. Du siehst gar nichts. Wir können uns hier wirklich alle alleine wegrollen. Lieben. Okay. Wo ist der James? Warte. Toto, kommst du? Ich bin wieder da. Okay. Wir sind, äh, ich hab keinen Namen mehr über dem Kopf. Ja. Also nicht auf mir schließt. Wo bist du? Dann lade ich dich direkt ein. Wo bist du? Wir sind auf dem feinen Feld. Ja, ich seh da hinten jemanden. Äh. Ich seh euch. Genau, komm her. Alter. Der gehört zu uns. Benni ist der Lokomotivführer, ne? Yves, Alter, danke für die ganzen Subs, die du verschenkt hast, du wahnsinnige, du. Ich muss grad verbinden. Wurdest du getroffen? Ja, ja. Scheiße. Okay. Yeah. Okay. Dankeschön, Yves. Ihr seid alle so bekloppt, alle bei Twitch. Dankeschön. Yeah. Wir können weiter. Okay. Yeah. Ähm, warte, hast du eine Stroflinte? Nee, ne? Nee, leider nicht. Aber so, guck mal, wenn du so, ähm, in so Wälder... Ja, die sind mit der Schrot am besten, ich weiß. Ja, ja, oder wenn du in den Wäldern unterwegs bist, nimm eine Nahkampfwaffe, eine MP5 zum Beispiel. Ja, ich hab jetzt die mal, weil ihr habt ja eh alle eine. Und wenn ich da noch ein bisschen spotten kann, ist vielleicht nicht so verkehrt, weißt du? Oh, Benni, du bist rot hinten, ne? Du hast negative Ruhmpunkte, kann das? Ja, ja. Der hat ja gerade erst geschafft. Oh, ich hab noch weh. Oh. Siehst du den? Warte, Toto. Bleib stehen, Toto. Hab ihn einmal gerätet. Wer war das? Ich. Okay. Und weiter geht's. So, Toto, du musst vorgehen, da du weißt, wo der Bunker ist. Schau mal einfach, äh, geradeaus. Ey, ich find das Game ist so Hammer, ne? Ohne Witz. Ja, ich mag's auch voll. Also, ich hab echt halt diese alten DayZ-Feelings so oft, ne, in dem Spiel. So Déjà-Vus wie früher. Richtig geil. Ja, und auch Nervenkitzel, ne? Ja, und der Charakter ist meiner Meinung nach einem irgendwie wichtiger ans Herz wechseln. Weil du, äh, einmal diese Ruhmpunkte nicht verschenken willst. Und weil du, ähm, auf deinen Stoffwechsel und so achten musst. Also, ich find das schon... Ja, es gibt halt viel mehr PvE-Features. Das ist auch cool, ne? Ja, dass du halt auch einfach auch mehr, äh, so oft, das... Also, man kann ja über die Läufe auch streiten, ne? Ja. Über diese Mechs. Aber ich find die eigentlich ganz cool, weil die machen halt in Schwierigkeit gerade auch ein PvE. Man muss nicht immer nur kämpfen, aber trotzdem Spannung. Ja, richtig. Weil wenn der dich hittet, ist es vorbei. Ich weiß mal, ich hoffe nur, dass die beiden ein paar Abwälze bringen. Ja, ja, die haben schon was gepostet auf, äh, Facebook gestern. Hammer. Weil wenn die das hinkriegen, dann wird's der Shit, sag ich. Aber Base-Building ergibt in dem Spiel ja gar keinen Sinn. Warum? Weil, ähm, die Story ist ja, dass du ja fliehen willst, weißt du? Von dieser Insel. Ja, theoretisch, klar, aber warum nicht, ne? Du kannst ja auch einen Shelter bauen und so ein Base-Building schon. Aber, also, das kommt schon bald. Nice. Also, die haben auf jeden Fall abgeliefert. Das muss man denen lassen. Für eine Early-Access-Version, bis auf ein paar Minibugs und ein paar Glitchings noch, Legs beim Schießen. Das merkt man, dass wenn Leute laufen und so, das ist noch ein bisschen tricky. Tristan fast gar nicht so. Aber, ähm, manche Spotten, die da noch so weg. Aber, ey, das sind alles so Sachen, die haben manche Spiele nach fünf Jahren noch nicht im Griff bekommen. Ja, Leute, könnt ihr mal kurz warten, weil ich bin, glaube ich, gerade am Verbluten irgendwie. Oh. Und meine Ausdauer ist sehr reduziert. Warte, ich komme mal zu euch. Oh, Alter. Äh, ich verbinde mich mal eben. Der dicke Guni, ey. Ist auch eine leichte Ziel, eine leichte, leichte Ziel, ne? Ja, das wäre eigentlich dann schlecht, dir einen dicken Charakter zu spielen, wenn das so wäre. Ja, aber das Guni in Ruhe. Der macht das. Okay, jetzt kommt. Keine Ausdauer. Warte, die regeneriert sich gerade. Ey, was ein geiles Squad wir sind, Alter. Der Typ mit dem Bären-Ding, ey. Der James, mega nice, Mann. Der sieht cool aus, ne? Ja. Weiter? Yo, damn. Okay, wir können weiter. Ja. Toto muss eben kurz kacken. Ja, Toto, wir warten alle. Kein Problem, ey. Könnt ihr, Toto? Lass ihn nicht unter Druck setzen. Müssen ein bisschen aufpassen. Kann sein, dass wir noch verfolgt werden, ne? Wer weiß, was der Typ ist. Deswegen. Also hier in auf einem Feld. Oh, Alter. In aller Ruhe hinkacken. Zeigt schon von Respekt. Boah, magels. Der ist dann sauber, der ist aber nett. Bah. Ey, Go-Kang, das ist... Lass Göni in Ruhe, ja? Der ist nicht dick. Ja, aber die Atmosphäre ist halt so nice, Alter. Hammer. Moment, Jungs, ich muss noch mal pipi, ja? Ist das dein Ernstiger? Oh Mann, der muss ja volle Portion, du. Keto, aber nur, wo du es bist. Mach jetzt. Boah, wie der Blitz da hinten eingeschlagen ist, ey. Ich habe schon gesagt, das wäre geil, wenn es auch so Brände geben würde oder so, ne? Ich habe auch, der Blitz schlägt irgendwo ein und dann brennt irgendein Teil vom Wald oder so. Boah. Oh, okay. Das wäre richtig nice, ne? Oder du könntest so mit der Fackel, wie bei Far Cry 2, so Feuer, äh, so ein Waldband machen, weißt du? So ein klein. Ach, alles solche Sachen, ey. Aber das zu sinken, ist wahrscheinlich Multiplayer richtig schwierig. Uh. Oh, Alter. Oh, oh. Aua. Ah, scheiße, Alter. Ich habe mich getroffen. Alter. Du bist der größte Volltrottel vom Herrn, Günni, Alter, echt. Was? Wie kann man so einen Was? Hat er den erschossen? Oh Mann, Alter. Ey, du kannst doch nicht mit der Schrot auf die Nähe draufzimmer mich treffen. Ich stand voll weit weg, Digga, Alter. Ja, ich habe mich beide getroffen. Er ist der James, wir müssen ein bisschen aufpassen, ey. Dich die Teamkameraden wegen Zombie getötet. Oh Mann, was für ein Fail. Alter, ich bin unnötig. Oh Mann. Alter, Dennis, ich bin nie wieder. Wo bist du denn? Boah, du hast aber Glück, wo du gespawnt bist, ey. Ja, weil ich 50 Skillpunkte ausgegeben habe wieder. Bist du ja in 10 Minuten wieder da. Ja, ja, genau. Ey, wo bist du denn, Walle? Wo bist du denn? Ich weiß nicht mal, wo ihr liegt, genau. Einfach geradeaus. Ja? Okay. Also durch die Stadt durch. Wir sind an dem, pass auf, da wo die weiße Straße unten so quer ist und so einen kleinen Zipfel hat. Da sind wir gleich. Nein, wir warten hier, damit der jetzt so seine Leiche kann. Ja, wir warten kurz davor quasi. Ja, und nehmt die bitte nicht, search die nicht auf. Da muss ich nämlich alle meine Sachen wieder raussuchen. Und wir werden spawnen die wecken. Ja, ja, wir warten hier. Tut mir leid, Walle. Ja, fick dich. Ich tue mir leid, Walle. Du bist in den Fire, Alter. Kriegst du dafür eigentlich Minuspunkte? Äh, nee. Ey, das ist eigentlich dumm, weil du hast ja ein Team-Lade gerade erschossen. Aua, aua, ich war da schon. Schuss, 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 Schuss. Das ist ja nicht so schlimm, wir kommen ja gleich wieder, Leute. Wir werden abgeknallt. Ja, ich bin tot. Ja, ja, da kommen die. Ich wurde beim Pissen gerade abgeknallt. Willst du mich verarschen? Ich wurde gerade beim Pissen abgeknallt. Aber ich bin... Lass die Jungs mal kennenlernen. Und wo kommen die? Von wo kommen die? Äh, boah, wie soll ich es beschreiben? Von da, wo wir kamen? Oder erinnere ich mich? Ja, von da, wo wir kamen. Okay. Könnt ihr mal in die Luft schießen? Könnt ihr mal in die Luft schießen? Ey, ist gerade schwierig. Ich bin irgendwo bei euch, aber ich weiß nicht wo. Ach da, ich sehe dich mal ganz. Ja, die haben ja noch voll ihre Position. Alles gut, alles gut. Ich habe jetzt mal nicht bei Dings gespawnt gemacht, bei Truppenkamerad. Ich hole mal meinen Loot, warte. So runde, Alter. Maggels, wo ist mein Loot? Äh, vorne rechts. Richtung Benni. Hier irgendwo liegen. Ah, hier. Oh Gott, wer bin ich jetzt? Ah, der Dicke. Wo sind die? Wissen wir nicht. Ach, Benni, ich hätte schon mal einen abgeschossen, ey. Wunder, Alter. Wirst du beim Pissen abgeknallt? Das gibt es doch nicht. Ja, aber das sage ich ja die ganze Zeit. Deswegen auch, das ist, du musst denken, wir haben D.C. auch immer auf die Fresse bekommen, wenn wir so Harry Sachen gemacht haben und keiner guckt noch ein bisschen bewacht. Können wir uns eigentlich nicht erlauben, so, weißt du? Naja, lustig ist es trotzdem. Hey, dass ich dich abgeknallt, war ja nicht, war ja nicht, war ja nicht Absicht. Ja, ja, aber da ist es auch eigentlich, trotzdem musst du da aufpassen, weißt du, das ist immer so, ich schieße dann teilweise lieber nicht. Ist die Frage, wo sind die? Ich war eben auch gerade beim Benni, so risky. Wo ist der Typ, der auf mich geschossen hat? Maggels, hast du eine Ahnung? Naja, keine Ahnung. Scheiße, Walle, wie lange brauchst du denn? 5 Minuten. Weil wir sitzen ja auf dem Präsentierteller, weißt du nicht, die wissen genau, wo wir sind, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist.